So seist du denn eingeweiht. Wir geben uns nun zu erkennen, wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum, du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Ich weiß, du machst dir Gedanken über dein Osteologietestat, was du im Jahre 2007 nicht bestanden hast. Wir geben uns nun zu erkennen, wir sind die Illuminaten, wir regieren das Universum, du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. Okay, ja, ich wusste so nicht, aber es ist so, dass wenn ihr das Osteologietestat aus dem Jahre 2007 schon ansprecht, es war relativ schwer, es war relativ viel Lernstoff und mich würde einfach interessieren, ob ihr es bestanden hättet. So schweige! Wir sind die Illuminaten, wir geben uns nun zu erkennen, wir regieren das Universum, du wurdest als mittelmäßiger Gutmensch auserwählt, um ein Exempel an der Menschheit zu statuieren. So sei das Experiment vorüber und so seist du denn wieder frei.